Es gibt gewisse Regeln, wenn ihr einen Stab-Film überleben wollt. Glaubt mir, ich weiß das. Regel Nummer 1, vertrau nie dem Liebsten. Er scheint nett, fürsorglich und hilfsbereit zu sein, doch dann willkommen in Akt 3, wenn er versucht, dir den Kopf abzureißen. Regel Nummer 2, das Motiv des Killers hat immer irgendeinen Bezug zur Vergangenheit. Und Regel Nummer 3, und das ist die allerwichtigste Regel, das erste Opfer hat immer einen engen Freundeskreis, zu dem der Killer gehört. Dann sucht da nach dem Keller. Wenn ihr herausfindet, warum er das macht, dann kriegt ihr vielleicht auch raus, wer der Nächste ist.